Okay. Aha. Mein Gruß, mein Gruß. Die Zugänge sind... Wie kann ich denn jetzt das Schwert wieder weglegen? Hm. Schnell! Da muss ich also rein. Hier komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Nein, hier komme ich auch. Nicht rein. Okay. Ich finde einen Weg, den ich benutze. Oh. Ähm. Ah. Weglegen. Okay. Hm. Ich nie. Hm. Hm. Finde einen Weg zum Tempel. Verschlossen. Die Götter strafen jene, die Bruderblut vergießen. Oh mein Gott. So was habe ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Oh mein Gott. So was habe ich dem Spiel gar nicht zugetraut. Hey. whoo. whooouuuuh. aah. ойuhh sagen, man kann nicht hier runterklettern. So. Naja. Gut, das haben wir schon mal hinter uns. Hinauf und hinunter. Okay. Öffnen. Donner-Schlag. Okay. Oh. Das sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht warum, aber die Frap-Pin-Sache sieht sehr, sehr komisch aus. Ähm, das muss ich auf jeden Fall nicht freuen gehen. Denn, ähm, das sieht ganz schön scheiße aus. Scheiße aus. Scheiße aus. Verschlossen. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Ne. Und eine Passage zum Tempel genannt. Aha. Hier geht es hoch. Hinauf. Das ist doch schön. Tuchleder. So. Das erste, was wir jetzt machen, ist, äh, ich mache die Waffen-Mod raus. Und gucke, Scoia-Tel. Super. Ich würde sagen, ich höre mal hier kurz auf und sage, bis gleich und wir sehen uns dann ohne Waffen-Mod wieder. So, da sind wir wieder. Da unten sind wir noch immer nicht Scoia-Tel. Wir haben hier ordentlich Zeug. Kein Schritt zurück, weichen! Jetzt! Au. Kein Schritt zurück, weichen! Was? Ich bin tot? Was hab ich jetzt denn für den Scheiß gemacht? Super. Super. Was? Wieso bin ich schon... Also, das Kampfsystem ist schon knackig. Klasse. Ja! Wie soll ich denn... Ach, hab ich vielleicht ein neues Schwert oder sowas? Was ich anlegen kann? Das wäre vielleicht ganz gut, glaube ich. Langschwert. Nee. Schade. Wie? Ah! Wie verdammt nochmal kriege ich die Leute da weg? Ach, Mist! Ihr habt's doch fast geschafft. Boah, ich bin wirklich ziemlich, ziemlich schlecht in diesem Spiel. Ah, Konter! Das ist ein Kontersystem! Ich kann mit dem System... Uh! Ähm, ja. Das wollte ich jetzt zwar nicht machen. Ich wollte einmal... ... noch ein bisschen Tuch aufsammeln. Aber jetzt verstehe ich... ... ich kann... ... noch ein bisschen Tuch aufsammeln. Kontern. Okay. Was ist denn jetzt los? Tod dem Tyrannen! Nieder mit Volltest! Töte den Boxer! Töte den Himmelsaach! Oh! 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 Ja, komm, wer war denn? Ich verstehe so langsam. Tod an den Schwesterfickern! Nieder mit Volltest! Dann wird's mal ein bisschen... Schlüsselerforderlich. Hm. Für Temerien, Männer! Der Tod für Temerien ist ein guter Tod! Hände, Schänder! Ja! 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 Tötet den Hübsch! Da schmettert das Gewürm! Ja! Oh! Oh! Hm! Mann! Das gibt's doch nicht! Hm! Gut. Das ist auf jeden Fall sau, sau schwer. Nein! Och, Mist. Warum? Nein! Och, Mann! Mann, 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 Mann. Mann! Boah, das Kampfsystem ist echt ekelhaft bei mehreren Leuten. Das ist wirklich ekelhaft. Öffnen. So. Kann ich jetzt... Es geht hier nicht. Für Temerien-Männer! Wow! Geil! Ich hab's geschafft. Speichern. Ich hab's in... Ja, ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Vielen Dank.